Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, das ist not gut Engines gehen runter Okay Speed is below Green Dot Ja, all engine flame out Open Descent, Alt, Blue Zack, Mayday, ja? Ja, declare emergency Lufthansa 350, Mayday, Mayday, Mayday All engine flame out We are descending Flight Level 100 On present heading Und ich gehe auf Green Dot Speed Order, Lufthansa 350 Mayday declaration is copied Descent Flight Level 100 Make it a left turn heading 210, please Left heading 210 on this heading Descent Level 100 Open Descent, Alt, Blue, heading Engine all engine flame out Start Procedure Engine all engine flame out, Land ASAP Red Rad Manual on Confirmed Optimum Relight Speed 250 knots Können wir jetzt noch nicht fliegen? Trust Leavers Idle Idle Autopilot Flight Direct is available Diversion Initiate Machen wir Ja, wir fliegen nach Olli APU Auto Start in Progress Ja Stimmt Engine Auto Relight in Progress Ja Versuch selber, okay? Okay FMS switching both on one Okay Use VHF1 Crew Oxygen Masks above Flight Level 100 use Ja Bleibt uns nichts anderes übrig Lufthansa 350 mayday request hitting 250 and down Olli, we have no engines Yes This is copied Lufthansa 350 make it up, right turn heading 270 270 for final runway 24 Lufthansa 350 heading 270 for runway 24 So So, ich hab jetzt mal Direct Pater 75 final gegeben Roger 30 seconds Okay All engines off Ja, es kam weiter aus Okay 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 Engine 1 is on Okay Lufthansa 350 in the descent, we still have no engines Yes Copy Lufthansa 350 Lufthansa 350 Lufthansa 350 present, we proceed straight inbound for runway 24 So Wenn wir jetzt so weiter fliegen, schaffen wir es sogar ohne engines Tja Also der Engine 1 is on, engine 2 is off Okay Emergency descent Fast forward side of Disregal speed brakes, ja Deswegen sind wir nicht mal Ah, da fühlt sich was Okay, see good out So, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir level 150 und haben noch 30 Meilen So Der läuft Okay Das ist zu Können den anderen auch noch probieren, ja? Ja Mal suchen Ich gucke mal ob der reagiert Ja Available is there Der reagiert Lufthansa 350 We have one engine restarted We are expanding We are expanding Level 100 We call it back This is Knappen With 1840 Okay Okay Confirmed 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 Lufthansa 350 We make a 360 Defending 4000 One Zero One Zero Confirmed This is approved Make it a left turn Or a right turn Your choice Lufthansa 350 We are in a right turn A right turn Defending 4000 One Zero One Zero So Komm jetzt gleich Flight level 100 Noch dein Auto wieder noch Fast one Können wir abnehmen So We set 2.000 feet to go Ja So Oh Okay Die Session heute Die war echt klasse Und Ich würde sagen Das Worst Case Was man geben kann All-Engine Flame-Auto Also die waren Jetzt im debriefing Ready to go